Hey! Testet, testet. Test, test. Boah, wie ihr seht, sind wir im Chill und hier wird mega sauber gemacht und geputzt. Und die Sonne scheint, aber hier ist so still, ist vollkommen unüblich. Und wir haben gedacht, wir bringen euch demnächst ein bisschen Atmosphäre, Chill-Atmosphäre zu euch nach Hause, weil ihr ja nicht hier hinkommen könnt. Ja, Nick ist auch da. Ja, ich nehme euch auch gleich ein Video auf. Hier, Sicherheitsabstand. Ja, ob das 1,50 Meter sind? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mein Freund kommt nicht zu dir, es fehlt sich nicht zu dir. Okay, da, 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 da ist er. Und hinter mir seht ihr, die Sonne scheint und da sind auch Leute, die Fußball spielen. Also, es ist alles beim Alten da. Wir kochen Kaffee, natürlich, wie immer. Und wir sind für euch da, wie immer. Nur leider nicht live persönlich, sondern live virtuell. Wir sehen uns. Wir sehen uns.